Ja, hallo Papa, was machen wir hier heute? Wir haben uns hier zusammengefunden, weil du, also meine sehr psychologieinteressierte Tochter, die im Wesentlichen eher aus der Psychologie kommt oder aus der Psychologiebegeisterung und nebenbei jetzt auch schon beim Atelier des Seins dabei war und auch so ein bisschen von Non-Duality mitbekommt. Das ist also nicht in erster Linie dein eigentliches, sagen wir mal, Hauptinteresse gewesen, aber so langsam, interessierst du dich auch ein bisschen, glaube ich, dafür. Ja, aber Psychologie bleibt schon meine größere Leidenschaft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das merkt man, ne? Ja, du hast da ein sehr schönes Video gemacht von deinen Zwillingsbrüdern. Ja. Und die erinnern mich ja an das, ich weiß nicht, ob ich dich damit auch schon mal zugesülst hatte, das ist schon wahrscheinlich ein bisschen länger her. Wir hatten doch mal den Podcast über Jacques Lacan gesehen, in dem der Schauspieler Florentin Will den Lacan-Experten Rolf Nemitz befragt. Und zwar kümmern die sich ja auch um das Spiegelstadion. Jetzt hast du da etwas gefilmt. Ich könnte mir vorstellen, dass Lacan selber vor Begeisterung aufgesprungen wäre. Und zwar zu dem sogenannten Spiegelstadion. So etwas hat mir natürlich in der Ausbildung gefehlt. Innerhalb der Ausbildung zum Psychotherapeuten gibt es sehr viele Störungsmodelle. Es dreht sich sehr darum, wie man einem Ich helfen kann. Glücklich zu werden, könnte man jetzt sagen, im spirituell weit ausgebreiteten Sinne. Es gibt aber sehr wenig dazu, wie das Ich entsteht. Und da weiß man, der Papa interessiert sich dafür ganz besonders. Mehr als die Tochter, muss man an der Stelle sagen. Weil wir hatten die Theorien, natürlich Freud, die dem psychischen Apparat erklären, das unbewusste Schwierigkeiten, die man so haben kann als Ich. Das dann auch gespalten ist zwischen Es und Über-Ich. Und dann haben wir später weitere, immer modernere Richtungen der Psychoanalyse, die sich, wenn man so will, könnte man sagen, dem Advaita Vedanta oder den Topics von Buddhismus zumindest oder auch im weitesten Sinne der Non-Duality nähern, weil es immer doch darum mehr geht, um eine Entwicklungspsychologie. Also somit auch automatisch, wie ist das Ich denn organisiert. So gibt es dann schon in der zweiten und dritten Welle der Psychoanalytik, das ist die britische Schule mit Melanie Klein, später Otto Kernberg, Winnicott. Die haben ja wirklich Babys untersucht und haben geschaut, wie entsteht denn auch ein Ich. Denn die Störungen haben später sehr viel damit zu tun. Wir reden heutzutage von vielen frühkindlichen Störungen, die anzusiedeln sind, oft im Alter von ein bis zwei Jahren und so. Und dann hat man plötzlich Patienten, die bekommen dann zum Beispiel Ängste oder Panikattacken, wie aus dem Nichts. Die wissen gar nicht, wo das Ding herkommt. Und dann haben wir nicht selten, muss nicht so sein, du weißt das ja, glaube ich schon. Muss nicht so sein, man kann es auch anders erklären, man kann sich halt auch anders einhandeln. Aber es kann damit zu tun haben, dass auch frühkindlich schon was passiert ist. Und da ist es schon eine Kunst, da als Therapeut noch irgendwie dran zu kommen und als Patient noch viel mehr. Da habe ich immer großen Respekt vor Patienten, die sich auf so eine Reise dann einlassen. So wurde untersucht und das möchte ich nochmal in einem anderen Video nochmal getrennt darlegen, wie dann verschiedene Phasen durchlaufen werden, in denen wir später hängen bleiben können. Der Theorie zufolge sind alle mal in einem psychotischen Stadium gewesen, danach in einem Borderline-Stadium, um dann im ganz normalen Neurotischen anzukommen, in dem sich die meisten Menschen so im Schnitt befinden würden. Demnach wäre das wie so ein Rückfall auf eine frühe kindliche Stufe der Organisation, wo erstmal zum Beispiel der Borderliner sich vor der Psychose schützt, indem er die Welt in Gut und Böse unterteilt. Warum das genau getan wird, würde dann Melanie Klein erklären, überzeugende Theorien. Aber nicht so sehr, wie ist die Geburtsstunde des Ichs. Und da habe ich dann mal zu einem Psychoanalytiker gegriffen, der nicht in meinem Studium vorkam. Und das ist dann Jacques Lacan. Und wir hatten beide diesen LaCast gesehen. Gehört. Gehört, genau. Und da passen deine Videos gerade wie angegossen, die du da gefilmt hast. War dir das denn bewusst, als du deinen Bruder da gefilmt hast vor dem Spiegel? Nee, um ganz ehrlich zu sein, ich war einfach fasziniert davon, wie er plötzlich angefangen hat zu begreifen, dass er irgendwie seine Finger bewegen kann. Wow. Das fand ich einfach sehr schön einfach. Wollte ich unbedingt festhalten. Deswegen bin ich so fasziniert von deinem Video, weil ich war ja völlig baff. Du hast mir das mal so nebenbei auf der Muschie, guck mal hier. Was man merkt, und ich glaube, das werdet ihr Zuschauer auch merken, was man daran sieht, ist, dass es wirklich der Moment ist, den du da quasi, deswegen hast du dir die Kamera dann geschnappt, als du gemerkt hast, das gibt es doch nicht, der ist ja gerade dabei. Vorher warst du doch noch mit deinem Brüderchen, warst du da mit so einer Seifenpackung am Rumspielen und so, und da hättest du gar nicht gedacht an ein Spiegelstadium oder so. Und kurz daraufhin geht der andere Bruder dazu über. Und das erklärt nicht nur, oder sagen wir mal, das unterstützt nicht nur Lacan's Spiegelstadium-Metapher, die nicht professionell zu verstehen ist, weißt du, dass man jetzt sagt, okay, ein Baby guckt konkret in den Spiegel und dann entsteht das selbst. Das muss jetzt nicht immer so plakativ ablaufen, wie es gerade bei Louis gelaufen ist. Der Spiegel kann ja auch einfach eine andere Person sein, die man dann nachahmen möchte. Genau, das ist es. Wow, da ist aber doch sehr gut zugehört. Ja, das ist das, was Jean-Claude, ich hätte es besser nicht sagen können, das ist das, was er meint, dass quasi eine andere Person, die anderen Personen, die so ähnlich sind wie das Kind, quasi gesehen werden und sich dann darin spiegeln. Dadurch entsteht neben dem subjektiven Selbst das objektive Selbst, so kann man sagen. Das Spannende bei Lacan ist ja nun, dass es viele Erklärungen dafür gibt, wie das Ich sich aufrecht erhält, nämlich durch dieses höher, schneller, weiter. Miet bezeichnete das, glaube ich, auch als die Anpassung an den generalisierten Anderen. Die Anpassung an den generalisierten Anderen. Hört, hört. Ich kann mir vorstellen, dass Lacan das auch so gesehen hat, an das Image quasi, das Image, was man hat. Wir haben ja alle so in bestimmten gesellschaftlichen Epochen haben wir bestimmte Vorbilder, denen wir nacheifern, wo wir sagen, ich möchte so sein wie Michael Jackson oder Marilyn Monroe. Das wäre quasi der generalisierte Andere. Das ist so eine Art Idealbild von vielen anderen, die man so kennengelernt hat. Und man macht, das Gehirn macht daraus wie so ein Durchschnittsoptimalmensch. Das kennt man übrigens auch, wenn man viele Gesichter ineinander morft, dann selbst wenn viele hässliche Gesichter dabei sind, wird der Durchschnitt dann unfassbar attraktiv aussehen. Das ist dann so ein generalisierter Anderer. Aber selbst wenn man nur wenige Menschen kennen würde, man würde dann da irgendwo sich das Beste rausholen und würde sagen, ja, ich möchte dem nacheifern. Das nennt Lacord das Imaginäre. Das ist bildlich irgendwie angeleitet, weil man weniger einem abstrakten Ideal nacheifert, als eher einem Bild, was man davon hat. Und das Bild ist nicht das Bild, was man vom Inneren eines Menschen hat, sondern von dem, wie es von außen aussieht. Und hier kommt das Spannende dann zustande, Das Subjektive Selbst ist nicht etwas einheitlich Empfundenes, sondern das ist eine wabbernde Masse von Eindrücken. Das heißt, ein Baby ist mal die Lampe, dann ist es mal ein Stoff, dann ist es Stoff fühlen. Viele non-duale Sprecher sagen, reden geschieht, es erscheint, aber man weiß nicht, was das ist. Das ist nicht so mit klar getrennten Objekten, hier bin ich und da spiele ich jetzt mit etwas anderem wie diesem Spielzeug da und ich möchte das jetzt haben, weil der andere das hat oder so, sondern eher noch dieses vorsprachlich eben. Wir haben keine Worte dafür. Es ist also ein, vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man auf einem starken, so stelle ich mir das vor, ich habe es nicht gemacht, aber auf einem starken, haluzinogenen Trip ist und dann irgendwie man plötzlich sich fühlt, als wäre man selber rote Farbe, quasi die sich ergießt über den Raum oder so etwas. Das ist also das subjektive Selbst, was schon immer ein chaotisches Etwas war, wo kein Einzelwesen drin festzustellen ist. Aber nicht im Sinne von Einheit, schön harmonisch, das ist so, wie sich das Ego das vorstellen würde. Wir kämen aus so einer harmonischen Einheit, wo wir irgendwie als gefestigtes, einheitlicher Kosmos irgendwie auf alles hier blicken oder so, sondern mehr so ein, ich weiß überhaupt nicht, what the, ich habe keinen Peil, man ist irgendwie, mal ist man selber Zeit, dann ist man selber eine Pfütze, so vielleicht. Also was sehr Wirres, wo man sagen würde, für einen Erwachsenen klingt das nach einer Psychose, so ungefähr dieser Babyzustand. Nur das Baby hat mit der, sagen wir mal so, das Baby hat mit seiner Psychose überhaupt keine Probleme, das ist ganz natürlich, es kennt ja noch kein Ich. Genau, und dennoch ist man so fasziniert von der Psychose, die man quasi bei dem Kind dann beobachten kann. Genau. Das ist ja auch wieder was sehr Faszinierendes. Das ist völlig faszinierend. Also da stört das niemanden, wenn ein Baby psychotisch ist, das darf sich das noch erlauben. Das Baby darf verrückt sein. Das ist interessant, ne? Ja, aber sag mal, warum gucken wir uns dann gerne so chaotische Babys dann quasi an, die noch total im Chaos leben quasi? Das erklärt Andrea Schöner. Die Kinder, die kommen ganz offen, die haben weite Augen, die können noch nichts fokussieren. Und es ist ja auch so, für viele Menschen Babys anzugucken, ist besser als Fernsehen. Weil diese sind so unschuldig, die sind noch nicht fokussiert, die sind noch so rein. Und dieses Empfinden, ein Baby so toll zu finden, wenn man das anguckt, das resoniert mit einem selbst. Weil dieser Punkt, den hat man noch in sich. Deswegen geht einem das Herz so auf. Dann ist man weg aus der Birne und man merkt so, ist das schön, nur so ein Baby anzugucken. Das ist ja auch so ein Baby anzugucken. Wenn wir auf die Welt kommen als Babys, keiner hat die Erinnerung daran, wie es war, ein Baby zu sein. Man ist geboren und die erste Erinnerung ist in der Regel ab anderthalb, zwei Jahre. Wie kommt denn das? Weil das nämlich dann die Ich-Geburt ist. Irgendwann identifiziert das Kind sich mit sich selbst. Es erkennt sich im Spiegel und sagt irgendwann Ich. Weil es das gesehen hat von Mama und Papa, das wird vorgelebt, man kriegt das beigebracht. Erst redet das Kind in der dritten Person, Andrea hat Hunger, Andrea, was weiß ich was. Und irgendwann, ach so, ich bin das. Ich hier. Und dann geht's los. Mit dieser Ich-Geburt kann man dann verlieren, man kann gewinnen, man will was haben, man will was nicht. Und so fängt das ja an. Und dann irgendwann, wenn das einmal fix ist, ich glaube, das war bis zum siebten Jahr, ist es völlig fix, das wird nie wieder in Frage gestellt. Dann sieht das Baby aber mit der Zeit, ja gut, das Nervensystem verbindet sich, wir wissen nicht, wie das ist. Es ist ein völliges Mysterium, warum und wie das jetzt genau geschieht. Irgendwie wird das Baby kohärenter, beginnt plötzlich die Motorik besser steuern zu können, guckt das irgendwie von anderen ab oder so, via Imitation oder sonst wie. Da kann man sagen, leider immer noch weiß der Geier, wie. Das Nervensystem vereinheitlicht sich, zentralisiert sich. Und in dem Zuge wird dem Baby allmählich bewusst, auch dafür haben wir keine Erklärung, auch Lacan liefert dafür keine Erklärung, da wird dem Baby mit der Zeit ja bewusst, dass die anderen Wesen, die so ähnlich sind wie es selbst, dass diese von außen betrachtet, kohärent, nicht verrückt, Prinzipien geleitet irgendwie wirken. Man sieht, die Mama bringt immer wieder die Milch. Das ist ein geordnetes Vorgehen, wo das Baby sehen kann, ah, die Mama ist jetzt nicht so durch den Wind wie ich vielleicht oder so, sondern die ist irgendwie ganz aufgeräumt, die bringt mich dann immer ins Bett, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, muss man dazu sagen, dann würde man sagen, dann kann ein gesundes Ich entstehen, durch Rituale, durch Wiederholungen, durch vor allen Dingen viel liebevolle, wiederholte Rituale und so. Und dann sieht es plötzlich, beginnt es die Mutter zu idealisieren, was gut und wichtig ist. Die Idealisierbarkeit einer Mutter beschreibt Kohut als essentiell. Das ist einer der modernsten oder Psychoanalytiker gewesen. Man nennt das die vierte Welle der Psychoanalyse. Dort war es wichtig, dass ein Kind eine Mutter idealisieren kann oder auch eine große Schwester. Und dadurch entsteht nun die Idee, da ist ja so ein wundervolles, tolles Objekt, das Kind verliebt sich, könnte man sagen, in dieses, wie die Mutter von außen so aussieht. Die Brüste von der Mutter sind toll. Alles an der Mama ist toll, wenn es gut läuft. Also so hoffen wir dann. Dann möchte man irgendwann so sein, wie die Mama von außen aussieht. Und das beschreibt dann die Entstehung des Objektiven Selbst. Wir haben neben diesem chaotischen Subjektiven Selbst, das Subjektive Selbst, wir essen wollen, spielen, hüpfen, so, von diesem Subjektiven Selbst hin zu diesem Objektiven Selbst, das irgendwie zielgerichtet sich auf den Papa zubewegt. Wenn das Kind sagt, du kannst es, du kannst es. Und dann plötzlich geht das Kind und geht nicht irgendwo hin, sondern genau von der Mama zum Papa rüber, taumelt es oder so. Das ist plötzlich ein zielgerichtetes Vorgehen und plötzlich nimmt das Ganze Ordnung an. Und das ist alles, ich erlebe das, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich habe es bei dir erlebt, als meine Tochter, ziemlich untraumatisch. Ja, ich denke auch. Du hast es auch bei deinen Brüdern. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber... Das ist jetzt per se nicht etwas, wo wir sagen, meine Güte, was für ein Trauma, die Entstehung des Objektiven Selbst. Das ist etwas sehr Lässiges, wie wir auch in dem Video sehen werden. Auch gerade, wenn das schön begleitet wird, dann kann man die Erfahrung machen, dass das etwas sehr Schönes sein kann. Die Dualität sozusagen. Wir reden ja von nichts Geringerem. Nichtsdestotrotz haben wir hier schon eine ganz milde Spaltung, von der ich jetzt ganz frech behaupte, bei Naturvölkern, und ich meine Naturvölker als Metapher, das ist auch etwas von mir Idealisiertes, aber wo ein Kind schön immer an der... wo die Mutter ihr Kind immer mit sich rumträgt und so weiter, da wird in die Dualität so sanft eingeführt, dass das eher zu einer spannenden, tollen Herausforderung wird und man darauf Bock hat, ein Mensch zu sein, so wie in dem Lied von Ariel, ein Mensch zu sein. Und dass es nicht etwas gar so schreckliches ist, dass man plötzlich ein objektives Selbst unter anderen objektiven Selbst sind. Das heißt, die Trennung, die in der Nondualität immer so betont wird, als etwas arg Schlimmes, als etwas ganz Schlimmes, muss ja so schlimm nicht unbedingt sein. Und das erklärt jetzt Lacan so schön. Er zeigt uns, was daran dann schlimm werden kann oder was da quasi schieflaufen kann. So sind sie, die Analytiker. Die interessieren sich jetzt wirklich nicht so sehr dafür, primär halt, wie das Ich entsteht, sondern wie dabei eben auch Probleme entstehen. Die haben das immer mit im Blick. Und die beiden Sachen gehören ja zusammen, interessanterweise. Und da hat er jetzt eine Erklärung, die lautet nun, ich versuche mir das immer mit der Metapher eines Sängers zu erklären. Also, lieber Zuschauer, stell dir vor, du sitzt im Publikum, da vorne steht ein Sänger, den du bewunderst. Stell dir vor, du bewunderst Sänger, falls du es nicht tust. Und du findest das toll, diese Performance, genießt das aus der Publikumsperspektive, entwickelst so eine Art Neid, beinahe schon, darf man ruhig sagen. Man könnte sagen, vielleicht einen konstruktiven Neid. Vielleicht hast du den jetzt nicht abgrundtief, diesen Sänger, weil der so toll singt und du das irgendwie noch nicht gebacken bekommen hast. Aber du denkst dir, meine Güte, das hätte ich jetzt auch gerne. Du idealisierst diesen Sänger. Nach Jacques Lacan ist er streng genommen schon Neid dann auch. Das ist nicht jetzt so, der macht das dann nicht so blumig, der sieht keinen Grund darin, das jetzt irgendwie so schön zu färben. Der sagt dann, das ist schon Neid. Wenn auch konstruktiver vielleicht Neid, der dich dazu antreiben kann, selber mal so zu sein. Der Gag dabei ist jetzt, du siehst diesen Sänger, möchtest so sein wie der Sänger, weil du das aus Publikumsperspektive, also von außen, erlebst du das objektive, selbst diese Sänger als was ganz Tolles, als Strebenswertes. Dann machst du dich auf und übst Gesang und merkst, wow, schon das ist total stressig. Du hast einen Gesangsunterricht und das ist eine Plage und manchmal hast du keinen Bock, nach der Schule jetzt auch noch zu singen. Das kennst du ja sogar. Ganz zufällig streifig da warst. Und dann ist das schon so eine Plage. Und dann geht der Spaß aber so richtig los, wenn du plötzlich deine erste Performance hast. Dann stehst du da plötzlich auf der Bühne und merkst, der Genuss ist aber jetzt nicht mehr der, den ich hatte, als ich da im Publikum saß und entspannt diesen Sänger genießen konnte und mich wirklich auf die toll, von der Musik berühren und auf die Musik konzentrieren lassen konnte. Siehe da, der Sänger ist nicht berührt von der Musik, sondern der Sänger ist berührt davon, wenn er nicht eine Panikattacke bekommt und kein Blackout, wenn überhaupt ein Ton noch rauskommt. Denn wie erlebt der Sänger das auf der Bühne? Weißt du das noch? Das war mir einfach unangenehm. Ich war froh, dass es dann zu Ende war. Ich kenne sowas auch von Auftritten. Ich bin zwar kein Sänger, aber das ist doch dann, auf der Bühne erlebt man es nicht selten, wie das so ein bisschen wie ein Baby das erlebte. Wir wollen gleich darauf eingehen, warum das eben anders als für ein Baby plötzlich zum Problem wird. Man erlebt sich also, auf der Bühne erlebt man ein Gemisch zwischen Gedanken, die sagen, hoffentlich läuft das gut. Und die sind wahrscheinlich hauptsächlich schuld an dem ganzen Quatsch. Oder wir geben dem Gedanken die Schuld vielmehr. Ob die daran schuld sind, ist noch in Frage zu stellen. Aber da tauchen Gedanken auf. Da taucht ein Körpergefühl auf, das dir vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst ist. Aber langsam wird dir wärmer. Vielleicht fängst du an zu zittern und du merkst das vielleicht gar nicht bewusst. Da ist Zittern im Spiel, da ist Schweiß, da ist irgendwie eine Masse an Publikum. Eine unübersichtliche Masse. Das ist kein schönes Gegenüber, wie in einer Mama-Kind-Interaktion, wo man sagen kann, da ist die Mama und so. Sondern das Publikum, wow, wissen gar nicht, was wollen die. Manche davon sind gerade gelangweilt, ans Handy am gucken. Ich weiß nicht, ob das gerade in dem Moment tröstlich ist. Das kann einen trösten, das kann einen aber auch aufregen. Andere sind vielleicht überkrass gespannt. Die gucken dich mit so großen Augen an, gefühlt und dann hast du noch in der hintersten Reihe, die siehst du dann nicht. Also verschiedene Eindrücke aus dem Publikum, Scheinwerfer, die auf dich gerichtet sind, Erwartungsdruck, Körpergefühl, vielleicht nimmt man noch ein bisschen das Pochen des Herzens wahr. Und dann zusätzlich noch die Bewertung der Gedanken, die sagen, okay, ich darf jetzt keine Angst haben eigentlich. Und dann, da spricht wieder die Psychologiebegeisterte und dann noch die Bewertung der Gedanken. Also nicht nur dieses, ich habe jetzt gerade Angst, sondern dann kommt obendrauf, eben schön gratis noch mit dabei, ich darf jetzt eigentlich gar nicht, jetzt kann ich das bitte nicht gebrauchen, solche Gedanken, die sind jetzt unwillkommen. Also all diese Dinge. Und das ist also ein Riesenchaos, und dieses Chaos könnte man sagen, ist jetzt das subjektive Selbst. Das hat sich ja nicht verabschiedet mit dem objektiven Selbst, auch wenn der Erwachsene sich das so oft wünscht. Und das Baby, das eben zuvor in den Eltern sieht, dass sie eigentlich ein sehr gesammeltes, objektives Wesen sind. So. Und was du dann erlebst, das könnte man sagen, ist sowas wie das Urleid. So kann man nach Lacan, kann man das sehr gut erklären. An der Stelle, wo du dann auf der Bühne stehst, bist verschwitzt und denkst dir, oh, so habe ich mir das nicht vorgestellt, das erklärt das Begehren danach, endlich das zu erreichen, wie der andere von außen aussieht. Und bevor hier Missverständnisse entstehen, in dem Moment geht es eben nicht nur darum, sage ich mal, jemandem, einem Ideal hinterher zu streben, wo jemand intelligenter, schöner, erfolgreicher oder sowas wirkt, sondern man hat den sehr bescheiden wirkenden Wunsch, einfach nur, nicht verrückt zu wirken. Einfach wie jemand zu wirken, so wie die von außen aussehen. Das heißt, ich beneide mein Gegenüber alleine darum, und jetzt wird es für manche ein bisschen, das kann freaky wirken, du beneidest dein Gegenüber darum, ein Mensch zu sein. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Du beneidest nicht dein Gegenüber, weil er in der Börse besonders erfolgreich war oder mehr Kinder hat als du, oder so, sondern du beneidest den, weil er jemand ist. Und du? Jemand geordnetes. Jemand geordnetes. Ich sage auch im Studio, wie so Kabelkanäle, da fliegen die Kabel nicht rum, sondern schön geordnet. Und auch unsere Organe, Leber, Milch und so, sind schön geordnet, schön integriert in diesen Körper und hängen nicht hässlich da rum. In Zombie-Filmen hängt ja die Leber da hässlich da raus. Das sieht man aber nicht so gerne. Das wirkt dann ungeordnet. Unser subjektives Selbst bleibt aber die ganze Zeit als Chaos-Suppe nebenher noch bestehen. Das heißt, wir sind nicht dieses geordnete Selbst, sondern wir sind so ein chaotisches Etwas, wie man auf der Bühne spätestens Holzhammer-mäßig merkt. Da merkt man plötzlich, bist du so wie dieser Sänger, was du dir vorgestellt hast, oder ist das nicht irgendwie jetzt anders? Das ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel, wo man das merkt. Viele haben Redeangst und so. Und denen ist vielleicht auch nicht bewusst, dass diese Diskrepanz auf ein leidvolles Maß deutlich werden kann, dass man da anders ist. Leidvoll ist also in diesem Sinne weder das chaotische Subjektive Selbst, wie das ein Baby erlebt, oder wie das ein gut Trippender auf LSD erlebt, der sich gut darauf einlassen kann. Das ist also per se nicht leidvoll, in einer Chaos-Suppe sich zu befinden, voller chaotischer, crazy Eindrücke. Hippies haben das genossen. Leidvoll ist es auch nicht, ein sehr gut geordnetes, beinahe zwanghaftes Leben als objektives Selbst zu führen, in dem alles geritzt ist und schön läuft. Leidvoll, und deswegen habe ich dieses Moment genommen, mit dem auf der Bühne stehen, leidvoll ist der Moment, wenn du entdeckst, ups, ich habe eine Diskrepanz. Ich möchte eigentlich so wirken, wie der andere aussieht, oder wie ich den von außen wahrnehme, und ich möchte selber dieses sogenannte objektive Selbst erfüllen. Und kann es nicht. Autsch. Wenn das passiert, das ist dann ein Problem. Seltener haben wir in der Gesellschaft das Problem, dass ich unbedingt gerne dieses subjektive Selbst sein möchte. Das ist ein paar Psychonauten vorbehalten, die crazy abgehen quasi. Die sind darauf aus. Aber die meisten Menschen hier in der Gesellschaft, um das jetzt abzurunden, leiden also darunter, unter dem psychologischen Urproblem. Die möchten kohärent wirken, die möchten verstehbar, berechenbar und nicht crazy. Also verrückt auf andere zu wirken, ist eine der schlimmsten Sachen, die dir widerfahren können. in dieser Gesellschaft. Und die Gesellschaft fängt das auch so gar nicht gut auf, leider. Wir haben immer noch keine Gesellschaft, die das wirklich integriert oder so, sondern wir haben eine psychopharmakalastige Psychiatriegesellschaft. Das ist keine Kritik. Also die Kliniken werden immer besser und dann hat man wirklich Fortschritte im Verständnis. Wir verstehen ja auch mehr über Psychiatriegesellschaft. Aber es ist so, dass die sogenannte präpsychotische Angst, das ist die Angst, chaotisch und eben nicht normal zu wirken oder zu sein, dass diese präpsychotische Angst sehr stark in der Gesellschaft gefördert wird quasi. Und so stark, dass eine der stärksten Manipulationstechniken die ist, dass man dir sagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Man versucht an dein Kohärenzempfinden zu appellieren. Sei nicht ein chaotisches Baby, sondern sei eine erwachsene Frau, die jetzt zu ihren Konsequenzen steht. Das hört sich erstmal ganz normal an. Ist aber ziemlich giftig. Ist nicht ohne, wenn man dir sagt, wer A sagt, muss auch B sagen. du musst auch jetzt bitte schön konsequenzen. Wenn man eigentlich gar nicht so ein Wesen ist. Wenn man gar nicht vielleicht so ein Wesen ist oder wenn du in dem Moment gar nicht so drauf bist. Oder auch dieses sei doch, das bist nicht du selbst. So manipulieren dich andere. Du willst dich gerade verändern. Du bist eigentlich ein chaotisches, total flexibles Viech. Willst gerade was Tolles, Neues ausprobieren. Und dann kommen die Spielverderber, sind oft nicht weit entfernt, die vielleicht gar nicht wollen, dass du dich weiterentwickelst. Und dann stehen die auf der Matte mit, so kenne ich dich gar nicht. Das bist ja nicht du selbst. Weißt du, die Andy, die ich kenne, ist unsterblich in Nate verknallt. Seit 16 Jahren weiß ich alles über diese Andy. Aber diese Person, dieser Laufsteg-Wend, der sich in den Ecken mit irgendwelchen heißen Modetypen rumdrückt, die verstehe ich nicht. Lilly, viel Spaß in Paris. Du fliegst nach Paris? Das heißt also, was heißt das Bist nicht du selbst? Das heißt, das ist nicht so, wie ich dich in meinem als objektives Selbst quasi verinnerlicht habe. Du entsprichst gerade nicht meinem Ideal. Sei mal bitte so, wie ich dich sehe. Weißt du, da entstehen auch von außen die Probleme. Und der Äußere wiederum, dein Gegenüber wird dadurch gestresst, dass du für ihn nicht berechenbar bist. Ist das crazy? Und das ist dann die Urgeschichte. Und dann entsteht in zweiter Linie erst später, im, sagen wir mal, zunehmenden Verlauf des Erwachsenwerdens, wenn man sich sehr im Objektiven Selbst quasi verfestigt, quasi sehr neurotisch draufkommt, dann kommt später etwas, wie ein neues Spiel auf. Nicht, ich will jemand sein. Die kleinen Kinder wollen einfach nur irgendwas sein. Ich bin jetzt wohl Feuerwehrmann, ich bin jetzt Putzfrau. Die wollen nichts Besonderes sein. Die wollen einfach nur irgendwas sein. So wie Ariel. Später kommt noch hinzu, dass die Erwachsenen dann später bestimmte Bilder verfolgen. Das kommt aber erst später. Das ist nicht das Urleid, dass ich höher, schneller, weiter sein will, sondern es kommt dann noch als Begrenzung hinzu, dass man sich denkt, ja, also die Gesellschaft kommuniziert dir quasi. Es ist nicht nur so, dass du jemand sein sollst. Jetzt bin ich endlich Psychotherapeut. Jetzt bin ich wer? So quasi. Sondern du sollst dann auch noch bestimmte Ideale erfüllen als Psychotherapeut zum Beispiel. Wie das ja aber auch bei Ariel zu sehen ist, die zu Beginn erstmal einfach ein Mensch sein möchte und plötzlich sagt, nee, ich möchte diesen Prinzen heiraten. So. Ja, wunderbar. Und dann bin ich glücklich. Erst dann bin ich glücklich, wenn ich diesen Prinzen heirate. Mich überrascht das gerade. Ich bin ja kein, also du kennst mich nicht als Ariel-Fan. Der ist mir jetzt, die ist mir einfach spontan jetzt dazu eingefallen. Die passt da so gut. Ja, das ist dann erst das Zweite. Und dabei wird man davon abgelenkt, dass man selbst damit zufrieden wäre, eigentlich ein lausiger Versager zu sein. Ein Typ, der ein Whisky nach dem anderen säuft und da wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf dem Bürgersteig hängt. Das wäre schon wenigstens etwas. Das ist für viele schwer zu verstehen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass nur wenige dazu den Zugang haben, vor der unbewussten Angst, überhaupt niemand zu sein. Und ich glaube, ihr lieben Non-Duality-Interessierten, habt einen Zugang dazu. Also ich glaube, viele, die hier unterwegs sind auf meinem Channel, werden etwas damit anfangen können, mit dieser sogenannten existenziellen Angst, um die sich immer die Philosophen auch gekümmert haben und die Lacan ganz gut erklärt. Also letztlich zusammengefasst, die Urangst ist das Diskrepanzerleben zwischen dem objektiven Selbst, wie man es von außen sieht, und dem inneren Selbst, das irgendwie ganz anders aussieht und sich anfühlt, wie das, was wir da außen sehen. Somit bleibt das Äußere quasi ein unerreichbares Ideal und das Ich hat richtig was zu tun. Und das Erste, woran das Ich denkt, ist jetzt nicht daran, sich aufzulösen wahrscheinlich, sondern erstmal überhaupt richtig zu verkörpern. Es zu probieren zumindest. Es zu probieren zumindest. Also probiert's. So und jetzt lassen wir die Experten mal zu Wort kommen, die das nochmal anders erklären können. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Lacan-Podcasts mit Rolf Nemitz, dem Lacan-Experten und Betreiber des Blogs lacan-entziffern.de. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, immer gerne. Und mir, Florentin Will, das hier ist ein Podcast rund um die Theorie von Jacques Lacan. Er soll auch für Leute geeignet sein, die noch überhaupt gar keine Ahnung haben, wer Jacques Lacan ist, überhaupt was er gesagt hat oder was er mit überhaupt irgendwas zu tun hat. Deswegen kann ja auf jeden Fall jeder reinhören. Ganz kurz zusammengefasst, Jacques Lacan war ein französischer Psychoanalytiker. Das heißt, ja, es geht um Psychoanalyse, es geht um Unterbewusstsein, Traumdeutung, freudsche Versprecher, vieles, wovon die meisten Menschen heutzutage sagen würden, dass es vergessen, überholt und nicht mehr zeitgemäß ist. Lacan hat das Ganze in seiner Zeit so ein bisschen nochmal wieder aufgerollt, hat sich viel auf Freud bezogen, nur damit ihr ganz grob eine Ahnung habt, worum es heute geht. das Imaginäre. Worum geht es beim Imaginären? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Unter dem Imaginären haben wir uns vorzustellen Bilder. Man muss hier ein ganz klein bisschen Französisch kennen, man muss das Wort Image kennen, was Bild bedeutet. Das Imaginäre, das sind Bilder. Und zwar nicht jede Art von Bildern, sondern speziell Körperbilder. Die Grundidee ist also, für das Funktionieren des psychischen Apparats spielen Körperbilder eine entscheidende Rolle. Zugleich meint das Imaginäre, aber das, was wir uns im Deutschen auch darunter vorstellen, nämlich das Illusionäre. Diese Körperbilder, die auf uns einwirken, erzeugen eine grundlegende Illusion. Und diese Illusion besteht darin, dass wir ganz sind, dass wir einheitlich sind, dass wir konsistent sind, dass wir gut zusammenhängen. Und das sind wir eigentlich nicht. Das sind wir eigentlich nicht. Warum nicht? Weil es etwas gibt, was uns zerreißt. Und das, was uns zerreißt, das ist die zweite Ordnung, nämlich das Symbolische. Und das Symbolische, das ist die Sprache. Warum zerreißt uns die Sprache? Ist die Sprache nicht eine Möglichkeit Verbindung, Kommunikation mit anderen Menschen? Warum zerreißt die uns? Weil die Sprache das erzeugt, was die Psychoanalyse das Unbewusste nennt. Das Unbewusste, das ist so eine Art von unterirdisch wirksamen Sätzen und Worten. Okay, versuchen wir das Ganze mal an einem Beispiel festzumachen. Ich verbinde mit dem imaginären und mit dem bildhaften irgendwie immer eine Werbung. So ein großes Werbeplakat, so ein großes Transparenz, vor dem man steht und was riesengroß ist. Ein gewisses einheitliches Bild. Es ist eine Einheit. Zum Beispiel für eine Werbung für Bier, wo eine Gruppe von Freunden sitzt auf einem Dach und sehen sich gerade einen Sonnenuntergang über den Dächern von Berlin an und trinken dieses Bier. Und das erzeugt dieses Gefühl, ein gewisses Lebensgefühl, was eine gewisse Einheit ist. Man hat Freunde, man ist irgendwie in einer gewissen Weise eine Grenzübertretung, man ist auf den Dächern unterwegs, man feiert die Nacht durch, man sieht den Sonnenuntergang. Man kann sich da ein gewisses einheitliches Bild setzen. Also dieses Bild erzeugt eigentlich nur noch eine Lücke, wo ich sage, da möchte ich sein. Ich möchte Teil von diesem Bild sein. Ich sehe mich in diesem Bild drin. Damit kann ich mich identifizieren, nicht sagen, das bin ich in diesem Bild, da möchte ich sein. Kann man das ungefähr so verstehen oder ist es zu weit gegangen? Ja, es ist zu weit, aber man kann es ungefähr so sagen. Das Entscheidende am Imaginären ist, wie Sie das in dieser Geschichte beschrieben haben, dass wir uns auf die anderen Menschen als auf solche beziehen, die so ähnlich sind wie wir selbst. Das heißt, in denen wir uns spiegeln. Und dieser Aspekt, dass wir versuchen, Leute zu finden, die so ähnlich sind wie wir selbst, das nennt Lacan unter anderem das Imaginäre. Also das ist ein Aspekt des Imaginären. Das heißt, der andere ist ein Spiegel für mich. Ich sehe, der andere ist ein ganzer Mensch. Er hat einen kompletten Körper. Er ist nicht einzelne Teile, die herumfliegen, sondern hat einen Körper und reflektiere das dann sozusagen auf mich zurück und sage, so wie er muss ich auch sein. So wie er möchte ich auch sein. Möchte ich sein. So wie er möchte ich auch sein. Das ist ein Ideal. Das heißt, ich bin niemals so, wie mir das die schönen Bilder der Werbung zeigen. Das heißt, ich bin damit befasst, dem nachzueifern. Und das heißt für Lacan, dass mich diese Bilder damit konfrontieren, dass ich nicht so bin. Und deswegen ist die Kehrseite zu diesen Bildern, die mir so ähnlich sind, die Aggressivität. Worauf genau? Auf das, was die Ideale zu realisieren scheint, die ich nicht erfüllen kann. Was wäre das bei den Werbungsbeispielen? Worauf richte ich dann meine Aggressionen? Auf das, was mich mit meiner Unvollkommenheit konfrontiert. Also zum Beispiel, dass ich nicht solche Freunde habe, mit denen ich abends Bier trinken kann. Zum Beispiel. Das können ja viele Formen von Unvollkommenheit sein. Es kann auch eine körperliche Unvollkommenheit sein. Es kann alles sein. Also es ist eine Konkurrenzsituation sozusagen. Ich möchte so sein, wie die Bilder, die ich sehe. Ja, der Begriff der Konkurrenz, das ist jetzt ein nicht psychoanalytischer Begriff, ein ganz normaler Begriff, den jeder kennt, enthält ja für jeden ganz klar genau diese Doppeltheit. Derjenige, mit dem ich konkurriere, das ist jemand, der das Ideal mehr zu realisieren droht, als ich es realisieren könnte und den ich gleichzeitig zu besiegen versuche, also zu gespitzt gesagt zu vernichten versuche. Also ich möchte gleichzeitig wie er sein, möchte ihn aber gleichzeitig vernichten. In jedem Wettkampf, in jedem sportlichen Wettkampf ist das die Dramatik, um die es geht. Wie entsteht denn dieses Bild? Wie entsteht denn diese Rivalität, diese Konkurrenz? Woher kommt das? Lacan hat dazu eine sehr spezielle Theorie, ich weiß nicht, ob sie haltbar ist, auf jeden Fall ist seine Theorie. Seine Theorie ist die, dass das in sehr frühem Alter entsteht, um das erste Lebensjahr herum, und beruft sich auf psychologische Studien, die gezeigt haben, dass ein kleines Kind in diesem Alter, wenn es sich selbst im Spiegel erblickt und schon in der Lage ist zu sehen, das bin ja ich, dass es dann in einen Jubel ausbricht. Es ist begeistert. Ich glaube, das kann man feststellen, das kann hat man gefilmt. Es gibt wissenschaftliche Dokumentarfilme, die das zeigen. Und dazu gibt es dann eine These von Lacan. Das Kind ist deswegen begeistert, weil es körperlich noch unausgereift ist. Sein Gehirn ist noch nicht vollentwickelt. Seine Motorik ist noch nicht vollentwickelt. Es hat Mühe, voranzukommen. Und in diesem Bild, sagt Lacan, antizipiert es, nimmt es vorweg, wie das wäre, wenn es sich beherrschen könnte, wenn es seine Motorik im Griff hätte. Also es sieht sozusagen sich als ein Ganzes an, als ein Mensch oder als ein ganzheitliches Wesen, das irgendwie die ganzen Erfahrungen, die es davor schon gemacht hat, irgendwie bündelt. Und es kann sagen, das bin ich. Ja, ob es die Erfahrungen bündelt, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall etwas, was das Ungenügen, was es empfindet, nicht empfindet. nicht, dass dieser Vielen Dank. Denken Sie an den normalen Vorgang, was jemand macht, dem es nicht richtig gut geht. Oder eine Frau vor allem, was Frauen machen, wenn es ihnen nicht richtig gut geht. Sehr viele, die ich kenne, ziehen los und kaufen sich neue Sachen. Und was machen sie dann? Sie betrachten sich im Spiegel. Sie gehen zum Friseur. Und was machen sie beim Friseur? Sie betrachten sich im Spiegel. Und sie schminken sich. Und das bewirkt tatsächlich, wie ich mir habe sagen lassen, dass es einem besser geht. Das heißt, das Bild, das man von sich erblickt und das man von sich erschafft, hat tatsächlich Einwirkungen auf die Gefühle, auf das Gefühl, was man von sich selbst hat. Das ist das Imaginäre. Und dadurch entsteht ja sowas wie ein Ich. Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr aufgeladener Begriff. Der Begriff Ich. Und die Frage ist dann, was verbinden die einzelnen Theoretiker mit diesem Begriff, das Ich. Und in der Psychoanalyse ist Ich ein von Freud eingeführter Begriff. Und den nimmt Lacan auf und gibt dann seine eigene Deutung dessen, was er unter dem Ich versteht. Und um es zugespitzt zu formulieren, wenn ich jetzt hier Ihnen gegenüber sehe, ich sehe Sie dort sitzen. Sie haben genauso wie ich diese Kopfhörer auf. Sie sitzen ganz ähnlich wie ich zurückgelehnt in diesem Schaukelstuhl, in diesem, wie nennt man das? Bürostuhl, ja. In diesem Bürostuhl. Sie haben das Mikro vor sich. Dann sind Sie mein Ich. Und zwar das imaginäre Ich. Ich sehe von mir jemanden, der ganz ähnlich ist wie ich. Und das hat eine Rückwirkung auf mich. Das Ich ist nichts, was in mir drin hockt, in der Lacan schon Perspektive. Das Ich ist in der, das imaginäre Ich, das bildhafte Ich, ist in der Regel jemand, der mir gegenübersteht. Oder mein Spiegelbild. Oder mein Spiegelbild, das ist das, was ich morgens früh beim Rasieren erblicke. Das ist mein Ich. Und im Alltag, im ganz normalen Alltagsleben sind es die vielen Leute, die so ähnlich sind wie ich. Wenn ich die nicht, wenn ich diese Beziehung nicht hätte, ging es mir nicht gut. Das wäre ein Aspekt der Isolationsfolter. Dass ich nicht dauernd damit konfrontiert bin mit Menschen, die so ähnlich sind wie ich. Zumindest die Mitgefangene wären. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass das imaginäre auch eine gewisse Form von Illusion einschließt. Was wäre denn die Illusion bei diesem Ich? Also inwiefern ist es falsch? Das Ich, das imaginäre Ich ist insofern falsch, als es die Illusion stützt, dass ich kein Unbewusstes habe. Spontan habe ich ja kein Unbewusstes. Spontan nehme ich mich als jemand wahr, der das tut, was er tun will. Dass ich ein Unbewusstes habe, also die meisten Leute haben nicht das Gefühl, dass sie ein Unbewusstes haben. Dass man ein Unbewusstes hat, das lernt man mühsam. Also die meisten Menschen lernen das mühsam im Verlauf einer Psychoanalyse. Es geht ihnen schlecht, sie suchen dann vielleicht einen Psychoanalytiker auf. Und dann lernen sie langsam, dass es in ihnen etwas abläuft, was sie gar nicht wollen. Was sie sich nicht in der Weise zurechnen können wie was anderes. Also sie tun beständig bestimmte Dinge, die sie nicht tun wollten. Ist es eine starke Ähnlichkeit zu dem Spiegelstadium? Das ist die Theorie. Das Spiegelstadium durch eine Grafik verdeutlicht. Im Spiegelstadium geht es darum, dass heterogene, auseinanderlaufende Antriebe, das wären die Blumen, dass die illusionär vereinheitlicht werden durch den Anblick des eigenen Körperbildes für das Kind. Genau, beim Spiegelmodell hatten wir es ja so, dass das entwicklungspsychologische Sprochen sozusagen vor diesem Moment, dass das Kind sich im Spiegel erblickt, hat es diese chaotischen Triebe in sich. Die zerstückelt sind und in alle Richtungen streben sozusagen, aber mit dem Blick in den Spiegel erhält es ein Bild, das all diese chaotischen Triebe und Stürmungen bündelt und verstehbar macht. Und das Kind sagt, ah, das bin ich, jetzt verstehe ich es, jetzt ergibt es alles einen Sinn, das bin alles ich und packt dann all diese chaotischen Empfindungen und Triebe in den Behälter des Ich. Als Analogie für die Blumen verwendet er noch die mit Motorik und in den Aufsätzen zum Spiegelstadium ist es vor allem die Motorik, die noch chaotisch ist, weil bei kleinen Kindern das Nervensystem noch nicht zentralisiert ist, das strebt noch auseinander, das ist die Annahme dort. Wir hören uns mal an, wie das hier im Text von Lacan ausgedrückt wird, auf der Seite 105 oben. Da schreibt er, Und ganz streng zu sein, die Lacan'sche Idee ist nicht, dass der Säugling sich sagt, das bin ich, sondern dass er sich in gewisser Weise, unvorsichtig formuliert, sagt, das werde ich sein. Dieses Bild liefert dem ganz kleinen Kind eine Vorahnung dessen, was es heißt, ein vereinheitlichtes Wesen zu sein. Ich habe zahllosen Kram und viel Plunder, ich ersticke im Plim-Pim, sieh nur her. Willst du staunen? Hier, kleine Wunder. Doch für mich reicht es nicht. Ich will mehr. Ich möchte fort bei den Menschen sein. Ich möchte sofort dort mit ihnen tanzen, möchte mich drehen und... Wie nennen die das? Ah, gehen. Flossen die Trage nicht allzu weit, denn man braucht Beine zu springen, tanzen, um zu spazieren und zu... Wie heißt doch das Wort? Stehen. Dort ist man frei, dort ist man froh, dort scheint das Licht, der Mond, dort lebt man. Anders als hier, drum wünsch ich mir, ein Mensch zu sein. Mit Herz und Sinn zieht's mich dorthin, ich will's probieren. Ich möchte rauf, endlich hinauf an ihren Strand. Will ihren Sand in meiner Hand, was man mir nur genannt selbst spüren. Ich will's wissen, endlich wissen, ich bin gespannt und sehr interessiert, was man oben weiß. Hab viele Fragen, möcht drauf antworten. Was ist Feuer und wie ist es, wie sagt man, heiß? Was ist der Preis, was ist der Preis, ich zahl ihn gern, wär ich am Ziel, am Ziel, dort oben. Heute und hier wünsche ich mir, ein Mensch zu sein. Heute und hier wünsche ich mir, ein Mensch zu sein.